Hey Untoten, hey Wolfi2go. Ich bin gerade unterwegs und ich dachte mir, ich mache jetzt so ein kleines Tagebuchleid, a short. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber ich habe es auf Twitter ja auch schon gesagt, Winfried Kretschmann hat jetzt offiziell gesagt, der Ministerpräsident von Baden-Württemberg übrigens, dass er der Meinung ist, Virologen und Corona-Experten sollten sich aus der Corona-Politik raushalten. Und ich muss wirklich sagen, hochgradig schlau, hochgradig intelligent und ist im Endeffekt der Beweis dafür, dass wir davon ausgehen müssen, dass die, die Corona-Regeln erlassen, nicht unbedingt immer wissen, was sie tun. Das ist ein Punkt, da muss man querdenken, wollen echt wirklich recht geben. Am Dienstag erscheint ein Baster zu diesem Thema, wo ich mich damit ausführlicher beschäftige. Ich wollte es einfach mal loswerden und nochmal deutlich sagen, Leute wie Winfried Kretschmann sollten vielleicht besser in Rente gehen. Bleibt untot!